Ein Trainerwechsel bringt natürlich auch Chancen für Spieler, die in letzter Zeit vielleicht nicht so gut performt haben oder einfach auch nicht so viel Spielzeit bekommen haben, sich wieder zurück in die Mannschaft zu kämpfen. Ich möchte da heute über ein paar Namen mit euch sprechen. Ich finde es ein sehr spannendes Thema, weil es einfach jetzt vor Sonntag so viele offene Fragen gibt. Wer wird spielen? Wir wissen es natürlich nicht, aber es gibt natürlich Kandidaten, die unter Enrico Maas so die letzten Wochen weniger gespielt haben und auch unterperformt haben und über die möchte ich heute so ein bisschen mit euch sprechen. Ich hoffe, die Videoidee gefällt euch und ihr könnt es natürlich mit einem Däumchen nach oben wieder bewerten. Auf jeden Fall war heute Morgen um 10.30 Uhr das erste öffentliche Training. Ich habe dazu einen Kickerartikel gelesen, dass sehr viel Feuer drin ist. Natürlich wittern hier viele ihre Chancen, sich in die Startelf zu kämpfen, dass man auch ein Spielfeld in drei Drittel verteilt hat und von hinten heraus nur zwei Kontakte erlaubt waren und man so einfach schnell nach vorne spielen wollte, aber natürlich spielerisch nicht nur mit langen, hohen Bällen. Also da mal keine Sorge, aber es war sehr viel Feuer und Tempo drin. Erstmal möchte der Coach, dass sich die Spieler an ihn gewöhnen. Jetzt fangen wir an mit dem Video an sich und ich fange ganz einfach an mit Niklas Dorsch. Niklas Dorsch ist für mich auch einer der großen Leidtragenden gewesen unter der Spielweise, die wir so die letzten Spiele einfach an den Tag gelegt haben. Klar, seine Verletzung hat ja eine Rolle mitgespielt. Er war letztes Jahr verflucht, ist jetzt aber schon wieder länger dabei und wenn Niklas gespielt hat, waren das auch wirklich für seine Verhältnisse überhaupt keine guten Pflichtspiele und das weiß er selber. Da ist er selber auch nicht zufrieden, auch ganz liebe Grüße, weil er das irgendwie sieht hier. Aber er ist ein Spieler, der eigentlich einer der Besten im Kader ist und er hat auch, glaube ich, den Anspruch hier, den deutlichen Trend nach oben wieder für sich selber und für uns einzuleiten. Er ist ein Führungsspieler. Er könnte unter diesem Coach, den er ja auch schon aus seiner Zeit in Belgien kennt, er hat ihn damals ja verpflichtet, hier zu einem absoluten Säulenspieler werden. Und vielleicht lässt ihn auch Herr Torrup mehr als Box-to-Box-Player wieder spielen, was sich auch viele von euch wünschen. Und ich glaube, dass Niklas damit auch kein Problem hätte. Ein Box-to-Box-Player, der etwas offensiver orientiert ist, auch mehr vom Tor seine Aktionen hat, auch im letzten Angriffsdrittel als nur hin im letzten Drittel, wo er ein bisschen unter Maßen versucht wurde, dass er über die Zweikämpfe ins Spiel kommt und eben dort ein bisschen das Spiel mit aufbaut. Aber ganz ehrlich, ich fand für unsere Sechser war es mit das undankbarste System, wo man hatte, weil man viel sie einfach überspielt hat. Sie hatten ab und zu im Ballbesitz ganz hinten den Ball. Ansonsten wurde der Ball ja viel lang geschlagen und die Sechser mussten viel auf den zweiten Ball ackern. Das war kein Spiel für Sechser. Also jeder, der auf der Sechs gespielt hat, hat davon nicht profitiert. Aber auch vor allem natürlich einen Kicker wie Niklas Dorsch, der eigentlich gerne Fußball spielt und auch aufreizend spielt, muss man überhaupt nicht drüber reden. Ihn sehe ich so ein bisschen als Symbolbild für hoffentlich ein... Hoffentlich erleben wir jetzt dann wieder einen Niklas Dorsch, der viel Spaß auf dem Fußballplatz versprüht, auch offensiv mehr machen kann und auch muss, weil wir einfach mehr Ballbesitz haben, auch in anderen Zonen, gefährlichen Zonen. Und hier sehe ich ihn als absoluten Schlüsselspieler unter Torob und ich hoffe natürlich, dass ihr auch den Dorsch hier lebt, den wir uns alle wünschen, den er sich selber wünscht. Ballkontakte, Ballverteilung, tolle progressive Pässe, weil er kann diese progressiven Pässe, er hat er in der Vergangenheit gezeigt. Die wollen wir von ihm sehen, Bälle hinter die Kette, die Jungs in Szene setzen, mit seiner Technik auch mal für einen Schmunzler bei den Fans sorgen. Diesen Niklas wollen wir alle sehen. Dass er es in sich drin hat, wissen wir alle, weiß er selber auch, er soll mit Selbstvertrauen Fußball spielen. Da Jess Torob ihn natürlich auch angerufen hat, bevor er überhaupt hier nach Augsburg kam, so wie ich gehört habe, gehe ich eh davon aus, dass Niklas als Führungsspieler unter ihm auf dem Platz steht und ich hoffe, in einer ticken offensiven Rolle als Achter, da würde ich ihn sehr gerne sehen und selbst wenn er auf der tiefen Position spielt, kann der Mann deutlich mehr. Also Niklas, zeige es uns allen für die Mannschaft hier wieder, ja, zu einer besseren Form und natürlich auch für ihn selber, er will auch besser Fußball spielen und natürlich regelmäßiger Fußball spielen, er ist ja auch aus der Startelf gerückt. Genau, ich sehe ihn als absoluten Startelfspieler bei uns nach wie vor. Und ja, Arne Mayer, Arne Mayer war letztes Jahr auf dem rechten Flügel ja mehr oder weniger dann umgeschult, einer der torgefährlichsten Spieler, ist warum auch immer dieses Jahr unter Enno Maßen wirklich ins die zweite Reihe gerückt und ich fand, er hat einen super Auftritt nach seiner Einwechslung in Darmstadt auch gezeigt, dass er es drauf hat, technisch natürlich einer der besseren Spieler dieser Mannschaft ist und hat dann mit Cardona gegen Darmstadt noch versucht, das Spiel zu unseren Gunsten zu kippen. Die haben recht tolle Kombinationen gehabt. Arne Mayer hat jetzt so ein bisschen auch das in sich, was ich denke ich, ein Toro wünscht, technische, spielerische Lösungen. Auch er ist so ein Spieler, der gefühlt schon lange unter seinem Potenzial spielt, wobei ich seine letzte Saison wirklich ganz ordentlich fand. Ich habe ihn nicht so gern rechts auf dem Flügel gesehen, weil ich der Meinung bin, dass er als Achter, Zehner mehr seine Stärken hat. Er hat nicht diesen Highspeed-Tempo, aber wirklich eine gute Technik, ein gutes Passspiel, eigentlich auch progressiv spielen kann die Bälle. Hat es aber nie so konstant über langen Zeitraum auf dieser Position eben auf dem Platz gekriegt. Liegt natürlich auch immer an unserer eigenen Spielweise und ich hoffe, dass wir ja einen aktiven Fußball mitball spielen. Und da ist natürlich Arne Mayer auch ein Spieler, der natürlich dafür gemacht ist, um im Ballbesitz uns auch gute Momente zu geben. Und vielleicht sollte man auch mal wieder Niklas Dorsch und Arne Mayer zusammen auf dem Feld bringen. Im Zentrum ist natürlich auch eine Option, aber man wird gucken, wie Herr Torob sich da entscheidet. Also Arne Mayer war definitiv auch einer, der wie Dorsch aus der Mannschaft so ein bisschen gerückt ist, dass er aus der Startelf viel mehr kann und es eigentlich auch jetzt gezeigt hat, nach seiner Einwechslung gegen Darmstadt, dass er auch flexibler geworden ist. Er hat auf RM, wie gesagt, nicht schlecht gespielt. Er war zumindest sehr torgefährlich und ich gehe davon aus, dass Arne Mayer sehr heiß sein wird, genauso wie Niklas, sich wieder einen Platz in die Startelf zu erkämpfen. Also er ist auch einer, der hier enorm profitieren könnte von der neuen Situation. Und dann haben wir natürlich einen Burschen, über den ich schon berichtet habe, der sehr enttäuscht war, weil er in die zweite Mannschaft gerückt ist, von Enno Maaßen einfach verschoben worden ist, weil er ihn als zu schlecht noch gefunden hat, wurde so auf der PK gesagt. Hier bin ich natürlich enorm gespannt, was Jess Torob darüber denkt, ob Mbuku bei uns zumindest als Joker oder wer weiß, vielleicht wirklich auch als Starter mal eine Chance bekommt, weil ist Mbuku wirklich zu schlecht? Also es gibt natürlich viele, die das nicht glauben können. Er hat für die französische U20, meine ich, also auf jeden Fall für die U-französische Mannschaft gespielt. Er ist im Training immer einer der Besseren, wenn ich da war zumindest. Er hat einen super Antritt, Spielwitz. Er ist natürlich mit seinen Attributen, mit seinem Skillset ein Spieler, der gerade über außen etwas kann, was viele in unserer Mannschaft nicht können. Dementsprechend könnte er von einem aktiven Fußball, vielleicht auch einen flügellastigen Fußball, falls den Jess Torob natürlich spielen lässt. Er ist flexibel, enorm profitieren. Ich hoffe, dass Mbuku mehr Spielzeit bekommt und wenn zumindest mal als Joker und dass sich hier die Vergangenheit alle ruhen lassen, er wieder mit vollem Elan trainiert. Und dann gehe ich auch und hoffe einfach davon aus, dass Mbuku nicht so schlecht ist und dann sogar unserer Mannschaft helfen kann, wenn sogar wenigstens als Joker. Aber ich glaube, das steckt in ihm. Er könnte wirklich hier profitieren, was auch mehrere schon schreiben. Ein Spieler mit großem Talent. Ja, und dann natürlich auch Irving Cardona. Bei ihm war das auch so eine seltsame Geschichte. Kam mit Mbuku so mit in die Mannschaft in der Wintertransferphase. Da hat man sich sehr gefreut, dass man mit Cardona und Nathaniel und Yeboah ja ein paar Flügelspieler geholt hat, die zumindest auf dem Flügel gut spielen könnten. Aber so richtig warm wurde er dann auch nicht mit Enrico Maaßen. Hat zumindest sehr wenig gespielt. Wenn er gespielt hat, hat er gute Aktionen gehabt. Hat er zum Beispiel auch gegen Darmstadt toll sein Tempo mit ins Spiel gebracht. Ist ja auch einfach jemand, der da außen doch seine Skills hat. Gerade mit seinem Highspeed-Tempo, das wirklich sehr gut ist. Kopfballtore gemacht, einige in der Vorbereitung. Und dann, wo es so losging, irgendwie kam er nie so wirklich zum Zug. Ist für mich definitiv auch so ein Player, falls man eben sich doch entscheidet, auch ein bisschen mehr über das Flügelspiel zu kommen. Was ich mir sehr erhoffe. Das wäre natürlich dann auch mit einem Dreiersturm ein Spieler, der natürlich sofort eigentlich mit Option 1 sein müsste. Da ist für mich auch einer dieser Spieler, die unter Maaßen kaum zu Zug kam, in denen, glaube ich, viel mehr Potenzial steckt. Und ich glaube, er könnte auch einer dieser Spieler sein, der von diesem Trainerwechsel definitiv profitiert. Ich drücke Irwin hier auf jeden Fall die Daumen, weil er hat auch deutlich mehr Spielzeit verdient. Dion Bellio, schreibe ich hier auch. Klar, er kam auf seine Spielzeiten, hat auch Tore gemacht und phasenweise gezeigt, dass er ein super Talent ist. Aber er kann noch mehr. Wir dürfen eines nicht vergessen. Bei seinem Einkauf war er einer der spannendsten Sturmtalente mit Europas. Das kann man wirklich so sagen. Wir waren alle enorm heiß und hyped, als wir gehört haben, er kommt nach Augsburg. Er ist ein Spieler, der mit tollen Passwerten über 80 Prozent zu uns kam, als Mittelstürmer ein super Wert. Hat es auch sogar in Darmstadt, finde ich, gezeigt, dass er, wenn er sich fallen lässt, auch wirklich mit Ball technische Lösungen mitbringt. Aber seine wahre Stärke ist ja eigentlich auch im letzten Drittel. Und falls wir es wirklich mal hinkriegen, wieder als Mannschaft öfters ins letzte Angriffsdrittel zu kommen und auch Druckfass auf den Gegner mal zu entwickeln, einfach auch mehr sauberer zu spielen, dann könnte ich mir vorstellen, dass Dion Bellio einer ist, der davon extrem profitieren kann. Weil dann muss er nicht selber, ich habe immer das Gefühl, dass diese hohen Bälle ihm überhaupt nicht lagen, obwohl er sehr groß ist, sondern eher am Fuß seine Stärke. Und wenn er den Ball so öfters auch mal vorne in den Fuß kriegt, ich glaube, da könnte der Junge brandgefährlich werden. Er hat auch gewissermaßen so das Auge für Spielsituationen, kann auch einen Steckpass spielen, kann auch mal einen austanzen. Ich glaube, dann werden wir erst sehen, was im Potenzial in Dion steckt. Hier auch Glückwunsch zum Debüt in der kroatischen Nationalmannschaft, das er feiern durfte. Und das spricht ja auch für sich. Ich glaube, dass in Dion noch viel mehr steckt, als wir gesehen haben. Aber wir haben phasenweise sein enormes Talent schon aufblitzen sehen, in einem Spielstil, wo ihm wirklich, glaube ich, überhaupt nicht lag. Man hat teilweise auch gesehen, dass er da, wenn so ein hoher Ball kam und wenn es dann Richtung zweiter Halbzeit gehen, auch immer ein bisschen frustriert war, weil er eigentlich Fußball spielen will. Und es waren viele so tote Bälle auch Richtung ihn, wo er sich immer nur reinschmeißen musste. Ich glaube, er würde von aktivem Fußball mit Ballbesitz profitieren. Was heißt überhaupt Ballbesitz? Wir reden nicht vom Ballbesitz, wir reden einfach vom gepflegten Fußball. Also Dion Bellio könnte einer sein, der von diesem Trainer profitiert. Ich erhoffe es mir. Er hat viele spannende Talente auch den Weg in eine riesen Karriere oder große Karriere gewidmet. Und Dion Bellio ist eigentlich genauso ein Rohdiamant, der zu einem Mann wie Torup passt. Und ich hoffe einfach für uns, dass wir einen sehr starken Dion Bellio sehen. Wir dürfen nicht vergessen, mit was für einem Hype der eigentlich auch nach Augsburg kam. Und er ist auch ein toller Stürmer. Wer auch profitieren könnte, ist Tim Breithaupt. Er hat jetzt Spiele gemacht, aber auch eben in einer Phase, wo es bei uns nicht gut lief. Falls jetzt Torup so ein bisschen auch mit dieser tiefen Sechs spielt vor der Abwehr, dass einer im Spielaufbau immer vor der Abwehr, der Abwehr halt hilft. Genau, ich verstehe, was ich meine. Einer hat sich da gerne mal tief fallen lassen, zumindest bei meinen Recherchen. Dann wird jetzt Torup, denke ich, auch einen Spieler wählen können, der am Ball stärker ist und von hinten auch Eröffnungen hat und Sicherheit ausstrahlt. Es könnte ein Tim Breithaupt sein. Wird extrem spannend, wie hier die Rolle auch von Elvis Rex bescheidern wird in Zukunft, der bei Enno Maas auf jeden Fall gefühlt so ein bisschen Freifahrtschein hat und sehr oft gespielt hat. Ich glaube, das wird sich jetzt auf jeden Fall mal ändern. Auch Elvis wird enorm kämpfen müssen um seinen Stammplatz. Er hat sehr viele Fehlpässe im Spiel. Da müssen wir bei der Wahrheit bleiben. Und hier könnte ein Tim Breithaupt auf jeden Fall auch ein Profiteur sein vom Trainerwechsel, weil er mit Ball, denke ich, der stärkere Sechser ist und aus der Tiefe auch Jess Torup im Normalfall, denke ich, einen geordneten Spielaufbau auch aus der Sechs will. Und da kommen eigentlich Spieler in Frage wie Niklas Dorsch und Tim Breithaupt. Aber Niklas Dorsch, wie gesagt, würde ich sehr genau auf der Box-to-Box sehen, also einen Ticken auf der Acht mehr offensiver. Und dann wäre eigentlich Tim Breithaupt vielleicht sogar Option Nummer Eins. Aber es kommt natürlich immer darauf an, welches System man am Ende spielt. Tim Breithaupt ist aber so gefühlt für mich auch einer, der jetzt vielleicht profitieren könnte. Dann habe ich so ein bisschen die Spieler, von denen ich einfach so das Gefühl habe, da steckt so viel mehr drin, die auch enttäuscht waren, dass sie nicht gespielt haben, euch jetzt mal aufgezählt. Ihr könnt mir gerne mal auch euren Spieler, Entschuldigung, Spieler, ihr könnt mir gerne mal natürlich auch euren Spieler da in die Kommentare reinschreiben, von denen ihr da auf jeden Fall mehr erwartet, als wir bis jetzt unter Maßen gesehen haben. Jetzt gibt es natürlich hier diese Jungs, tue ich mal völlig bewusst einmal malen. Gerade Ruben Vargas ist einer, der uns schon letztes in der Rückrunde mit seinen Scorer-Punkten auch wirklich enorm geholfen hat. Er kann natürlich aber auch von einem allgemein besser spielenden FCA, der aktiver im Ballbesitz, besseren Fußball spielt, sauberer profitieren, weil er dann mehr in Szenen kommt, wo man ihn auch seinen Stärken supportet. Er muss sich sehr reinbeißen, gerade bei den hohen Bällen auch wirklich überhaupt eigentlich nicht sein Spiel, hat es dafür zumindest ordentlich versucht. Ich glaube, er könnte auch viel mehr Freude an diesem Art Ansatz dann haben, je nachdem, welchen wir natürlich wählen, aber nur lange Bälle wird es nicht mehr sein. Und natürlich ist da auch Iago einer, der zu nennen ist, der davon profitieren kann. Der war wirklich auch unter Maßen, finde ich, sehr schwach. Das war in meiner Augen der schwächste Iago, den wir je erlebt haben unter Enno Maßen. Da war Mats Petersen auch wirklich der beste Flügelverteidiger die Zeit lang. Mats, muss man so sagen, ist Dene, könnte natürlich ein spannender Konkurrenzkampf da zwischen Iago und Mats Petersen werden, wer da die Nase vorn hat. Ich muss aber auch sagen, Mats Petersen ist für mich so der Spieler, der unter Enrico Maßen wirklich auch besser wurde von der Mannschaft, die er damals übernommen hat. Also wo Enno Maßen kam, von den Spielern, die noch da sind, ist in meinen Augen Mats Petersen so der Spieler, der wirklich auch besser wurde. Sonst vielleicht noch einen Arne Maier, das sind so die zwei. Aber ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Es wird hier echt sehr spannend. Genau, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie das gelöst wird. Dann, glaube ich, das Keyplayer werden könnten, Mbavu. Er ist eh alternativlos als RV, gerade mit seinem Tempo. Und der für sich hat da auch schon echt was drauf. Da ist natürlich bitter, dass der aktuell verletzt ausfällt, aber schon ein bisschen da heim, oder ich weiß nicht, wo er da getrainiert hat, hat auf jeden Fall im Instagram gepostet, dass er wieder Gas gibt und heiß aufs Comeback ist. Er war auf jeden Fall nicht im Mannschaftstraining. Der wird natürlich ein Keyplayer, ganz wichtig, dass er fit ist. Und natürlich ein Spieler, der leider verletzt war lange Zeit. Und das ist Masaya Okugawa. Er hat jetzt auch in der FC Augsburg-Story, meine ich, ein Tor vorbereitet auf Petersen. Auf jeden Fall war er mit beteiligt bei dem Tor. Er hat trainiert, Leute. Er trainiert mit. Wir werden relativ sicher gegen Heidenheim Okugawa sehen. Als Starter oder von der Bank bin ich 100 pro sicher. Weil das, was er hat mit dieser Beidfüßigkeit, kann links, außen, rechts, außen Zehner spielen, ist natürlich ein Profil, das auch ganz selten in diesem, also es nicht so gibt in diesem Kader. Und ich glaube, dass Masaya Okugawa auf jeden Fall, dafür kann aber auch N und Nix. Ich glaube auch, dass Okugawa unter dem Mastersystem, mit dem doch viel langen Bällen, auch nicht so viel Impact gehabt hätte. Aber unter dem neuen Fußball, den wir jetzt so noch nicht kennen, aber uns natürlich erhoffen, wird Okugawa, glaube ich, schon ein Schlüsselspieler sein und wird natürlich der Hot Take sein jetzt die nächsten Wochen, wo ich das Gefühl habe, an dem werden wir Freude haben können. Es ist natürlich jetzt viel in der Konjunktive, Leute, weil ich am Ende davon ausgehe, dass der Trainer es spielerisch besser lösen wird, als wir es die letzten Wochen gemacht haben. Es wird hoffentlich einen kleinen Trainer-Effekt geben. Ich wäre schon zufrieden, wenn unsere Spielweise sich einfach verbessert, jetzt die nächsten Wochen. Und ich bin auch positiv optimistisch, dass es das wird. Und dementsprechend habe ich euch einfach mal die Jungs genannt, die jetzt, glaube ich, hier einfach profitieren könnten von dem Trainerwechsel. Okugawa ist natürlich jetzt explizit genannt, weil ich glaube, das wird so ein bisschen der Player to Watch, könnt ihr mir forschen, unter Torob, weil er ein sehr spannendes Profiljuffer hat. Genau. Könnt mir gerne mal eure Meinung schreiben, Leute, von welchem Spieler erwartet ihr jetzt so wirklich bessere Leistungen und glaubt auch, dass er unter Torob aufblühen könnte und spielen wird und einfach eskalieren wird und positiv ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe es für euch jetzt gesagt, was ich so ein bisschen erwarte. Ich glaube, vor allem Niklas Dorsch wird ein sehr wichtiger Spieler. Aber die anderen haben auch jetzt eine Riesenchance, natürlich sich wieder zurückzubeißen und von einer besseren Seite zu zeigen. Euer Dennis. Ich sage danke für euren Support, für die ganzen Daumen nach oben. Jetzt wieder crazy, toller Content natürlich jetzt gerade zur Zeit auch für mich Möglichkeiten, ein bisschen kreativer über alles mit euch zu sprechen. Macht sehr viel Spaß gerade und ich freue mich richtig auf Weidenheit. Ciao, ciao.